Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Es geht weiter hier im Singleplayer mit dem neuesten Update. Man sieht das Ganze hier schon im Headquarter ein bisschen. Sieht alles ein bisschen ganz anders aus. Es gab ein paar neue Waffen, ein paar neue Maps. Ich glaube die Belichtung wurde überarbeitet, wie es mir scheint. Und ja, ich habe das Ganze eigentlich schon mal ein bisschen gespielt und aufgenommen. Allerdings war da die Qualität ziemlich schlecht. Daher konnte ich die Aufnahmen nicht verwenden. Aber wir stürzen uns heute mal hier zu Sullivan's Slopey ein. A lethal, lethal obsession. A former USIA analyst has a warrant for his arrest over the suspected murder of five police officers in McCade County, Greater Los Buenos. Gerrard Scott, 55, waited out to front of East McCade Police Department with a loaded Mini-14. After sending a car alight on the street in front of the department, he then shot at officers while they attempt to extinguish the alightened vehicle. Witnesses on the street reported his vehicle as he drove away. Okay. Er hat also fünf Polizisten auf dem Gewissen. Und das Auto wurde offensichtlich da gesichtet. Von daher, man schauen, ob wir diesen Gerrard Scott verhaften können oder möglicherweise ergießen müssen. Okay, alle bereit? Talk to high ground. Suspects have a foothold in this area and they're refusing to cooperate. Entry team, you are cleared to proceed with the mission. Okay, bring order to Chaos. The prime suspect, Gerrard Scott, remains at large. He is considered armed and dangerous. Apprehend and secure him. Okay, secure him heißt eigentlich, wir müssen ihn festnehmen. So, eigentlich ist unser Ziel hier, alle Leute festzunehmen. Keine Ahnung, ob mir das gelingt. Zumindest sehe ich gerade niemanden auf den ersten Blick. Ich würde sagen, wir laufen hier ein bisschen hinten rum. Hier ist schon eine Falle. Das fängt ja schon gut an, wenn es hier schon eine Falle hat auf dem Klo. Möglicherweise war das das Fluchtfahrzeug. Das fängt ja schon gut an, wenn es hier ist. Mirror for Suspect. We didn't break the mirror back. Hat niemanden eine Mirror Gun? Shit. Daran hab ich nicht gedacht. Doof. Ok, das sind glaube ich Schritte über uns. Ok, das ist gut. Go, 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 go. Move to my front. Okay, hier ist das safe. Time light, out. Stay on me. Where am I? Down on your knees. Down on your knees. Hands up. Oh shit. What the fuck? That's what does me do. Alright. Falling behind me. I'm on your six. Deploy C2. Then flashbacks. Alright, copy that. On my six. Fire in the hole. Fire. Oh. Oh, ich habe mich aus der Schlossel. Ich habe mich gut. Ich habe mich. Ich habe mich nicht. Cover me! No one can thank you! Police! Get down! Kill them all! Deploy Chem-Mite! I think he is up there! Kill every last one! Cover me! On my way! Provide support on me! Roger, coming to you! Cover me! Roger, on the move! Okay. Okay. Get on the ground! Now! You won't need those boys! Oh wow! Term light! Out! On me! On your six! We got a dead suspect here! Talk to High Ground! Talk copies all! Proceed with your mission! Hey, where was your weapon? Get down! I want to see hands! Pull them down! I don't know where he is! Disable that weapon! Copy! No one's gonna save you! Cut that piece back! Throw a flashbang! Dearest man! Move to my front! Move to my front! Dune it! Provide cover! Moving up! Hands up! Hands up! Hands up! Pop your hands! Throw a Flashbang! Press that green! Okay, leider nicht in den Kasten genommen, aber wir haben nichts. Ich glaube, ein Custody nehmen, also verhaften, wäre wahrscheinlich besser, aber das hat geklappt, ohne einen verletzten Offizier. Ja, und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Radio Not. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.